ich minuten weil von ich habe angefangen bei 30 minuten und jetzt habe ich schon 4 47 minuten das alles aus es geht zu lange bei mir das ablohnen geht bei mir schnell aus rendern schlussendlich ich nehme jetzt schon in die gleichen in der gleichen format auf wie ich rente was ist ein wunderhaus blunderhuss 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 also wollen wir jetzt in die stadt ja wie ohne aber bevor ich in die stadt gehe wenn ich das dieses diese folge ok danke fürs zusehen zu sehen und mein gewirr und sieht uns morgen wieder bis nachher egal weiter auf wiedersehen nirgends ernst herzlich willkommen gegen die zukunft damit sie am gostand Kannst, kannst du nicht, mach keine Armbrustballs, aha. Du kannst keine Armbrust machen noch. Doch, ich seh dich ja. Ich weiß, aber du brauchst Metallstrips, die hast du nicht. Doch. Das sind Metallstrips, Moment. Crossbow. Äh, nicht Metallstrips, Metall. Oh, die konnte ich vorher craften, bisschen Rohr. Ich mach uns später Crossbow. Gehen wir schnell in die Stadt, bevor es wieder dunkel ist, also es sei auch gleich ist. Mit dieser Fackel her. Du, Barry Seeds, ich platziere mal hier. Ich mach hier mal auch, wo wir hinwollen. Äh, ich befinde sich die Stadt ungefähr hier. Da sind Blueberries, ne? Pass auf, hier. Das ist ein kleines Seeds. Ich seh, kleine Seeds sind Blueberries, ne? Oh, ich seh nix. Rück dich mal. Wir seh'n dann auch nix. Ja, dann nimm ein bisschen Abstand, Junge. Du meinst das hier? Ja. Lol. Okay, gehen wir. Oh, Junge, ich hab keine Pfeile. Dann crafte die welche, oder? Ich crafte die welche. Ich crafte mir nicht welche. Ja, ja, immer ein Gebot gleich annehmen, hier auszunutzen. Äh, hast du Steine? Ich esse gerade Korn. Ja, aber nicht alle, bitte. Damit wir uns bitte mal Suppe machen können. Deutsch.tv Schickschick, schickschickstunsch. Was willst du da? Ich riskier' jetzt was. Dein Ernst? Es wird... Es wird nicht vergiftet. Hui. Ich hab vergiftetes Brot gegessen. Hm. Bist du jetzt fertig? Hast du ne Abbrust? Nein. Soll ich dir eins basteln? Äh, nicht ne Abbrust, äh. Bogen. Was ist denn was für ein Magnum-Zünder? Hast du einen Bogen, Daniel? Was? Hast du einen Bogen? Ja. Okay. Gut. Amachalamaleem. Hier am Boden sind Pfeile. 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 Nimm die auf, bevor sie wegspawn. Ja, wo sind die? Was hast du da aufgenommen, Don? Hä? Oh. 22, wow. Ja. Sorry, ich hab nicht mehr Steine. Gehen wir jetzt. Die Steine hab ich gesammelt. Die war... Ich wo... Wieso hab ich 10 FPS? Was soll die Scheiße? Danke. Hallo. 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 Bundorgus. Bundorgus. Hallo. Pfeile. Hier sieht's aus, wie hättest du... Und? Moment, ich glaub, der Negaton hat Pfeile. This girl is a... Was ist das hier? This girl is a... Team Rot. Das kannst du sehr schwer abbauen. Team Rot. Was machst du jetzt gerade? Ich brauchst du mir da Pfeile. In dieser Zeit können wir auch schon loslaufen, oder? Ja, ich hab kein Essen. Ja, das finden wir dort. Ich hab auch kein Essen. Chill. Ich bin voll. Jetzt ess ich noch. Trinken. Ich ess e trinken. Ich bin voll. Ich hab noch Katzenfutter. Wo ist die Stadt? Okay. Folg mir. Und scheiß Ernst, dafür hab ich dich nicht bezahlt. Ich hab kein Fackeln. Amka, renn nicht weg. Okay. Dann lauf ich weg. Oh, volle. Äh. Weh dann, natürlich. Hört sich ja fast gleich an. Was hast du jetzt gesagt? Geht's noch lauter? Ja. Dein Dad, oder was? Ja. Ich hab jetzt einen Kleber an der Tür gemacht, dass ich am Aufnehmen bin. Hoffentlich kommt jetzt nicht meine Mutter rein und will irgendwas von mir. Ist deine Mutter überhaupt zu Hause? Nein. Ja, also. Wo ich angefangen habe, nicht. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt zu Hause ist. Eeeeeeeeeeeeeeeeee Oh, das ist Bambus. Guck mal, das ist Zombie. Das ist Bambus. Zombie. Das ist Bambus. Bambus? Nö, das ist boah. Das ist Holz. Deine Ernst. Oh, wie sieht Kronen. Ich sehe da hinten, Tankstelle. Wo? Warte doch mal. Ich sehe die schon. Das mein Müll sagt. Das ist wahrscheinlich auch weiter als sicher, oder? Jetzt sehe ich es auch. Tete, 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 tete. Tete, tete, tete. Tete, 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 tete. Tete, 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 tete. Tete, tete, tete. Das habe ich Sie nicht bezahlt, Daniel. Moment. Komm schon, das hält Stüschchen aus. Ok, jetzt ist ein Schwein gestorben. Und hier ist ein Zombie hinten fertig. Also ich frage mich, was passiert, wenn man die Tankstelle abbaut. Mach's nicht. Leck mich! Was ist das? Was ist das?